So, jetzt sind wir bei mit Lofi-Flower 3 auf 5 An, gleich fängt ich an die Leitlinie an Oh, das ist ein Sekunden Ich bin ein Leitlinie Ich glaube, das ist ein Leitlinie 1 Sekunde noch! 2 Sekunden 2 Sekunden Was steht Lofo? Was steht Lofo? Niemals, das Raumschiff Ja, guck einen, guck einen Ja, ja, ja Gau mal an Oh fuck Der Ding ist richtig, LOL Du bekommst doch auch Fragen LOL, Tatsache, ja LOL WTF Oh mein Gott, was ist das für ein Kuchel heißen? Was ist ein Workshop? LOL Einfach an, du Lauf Ja, ja, ja Die sollen Ja, ähm Hallo? Wie geht's? Hallo? Wie kennen Sie mich für Kuchen Interessent? Ja, okay Ich will mich ja auch den Bisch schreien Es ist ein Lob Wie geht's? Ja, ja Ich meine, das Ding zu Triss geht Ähh Schwester Da, äh Triss unter So So Guck es, ihr seid Guck die haben das Seil Mal ob dieser im Wormenschub schlägt Die richtig ist Ah, Seil Ich meine, wenn ich nicht richtig heiße Waffe starten Ich meine, dass wir zu Äh, vielleicht freuen sie grad, wenn wir auf Zurück zu kommen Ja, ich weiß Die Waffe röt ja nicht mehr umschläft Also? Jo, geil, das sind alle Waffen die nicht gehen Die nicht mehr gehen, ja Sie sind nicht mehr Ja, doch Das, ja, das sind die Waffen die nicht mehr Ich weiß, was der Flieche hören, Mann Flieche war geil Digga, ich hab mich wirklich Mit Lack, da war mit Frame Raiders Das ist so hängig Ich komm, egal, was Komm, egal, was auch zur OP Es ist furcht, ich erkenne, ob die Amp da geht Was in den Händchen, wenn ich denke Das ist Ja, komm Ja, komm Das ist so hängig Das mache ich nicht Ja, ich hab' auf Heimulmat Sommelt sich gerade reiß Gut, was hängig fackt Ich bin zweimal Ede, ich will auf den anderen Ich will ja dropfen, du bleiben, wenn wir dürfen Weitere dich nur Was? So schlimm Oh, mach' an! Bin an, du scheiße, blei Oh, red, lief' Gar, wie lange dauert das heute noch? Wie viel HP hat die Scheiße? Was für 100 Spiele drüben? Wir haben jetzt schon noch einen anderen Server an die ganze Zeit drüben. Ja. Lol, du kommst nicht mehr rein. What's happening? Lol! Ich kann mich schon bewegen. Lol, guck die anderen gehen aufrecht. Achso, die hört mich. What? Tomegan! 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 Wo ist Tomegan? Wo ist Tomegan? Oh lol, Kukul! Kukul! Wtf! Ja, okay, ähm. Auch ein bisschen ist es. Hey, wer hat die Brühe? Das wird glücklich in euch, Brühe. Da ist ein Vulkan, Brüschstafes. Guck die Vulkan. Lol! Guck an diese, Lud! Um Apokalypse. Da hin! Auf zum Vulkan! Auf zum Vulkan! Aiiiiiii! Ich war drauf! Oh nein, nicht wieder. Nein! Nein, nicht wieder. Nein! 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 Ey, die Huren sind unser wirklich Schwüte! Facken wir mal! Wichsern! Schwuchten, ey! Nein! Ich kann auch einen! Ich kann auch einen! Ich kann auch einen Tilted! Tilted, das ist voll cool! Ich kann auch einen Tilted! Ja, Tilted! Oder? Oder ist das Fake? Nein, das ist... Tilted! Nein, das ist nicht! Ey, die Huren sind so vertilted! Ich kann auch einen! Ja, ich kann auch einen! Ja! Ja, kann auch einen! Ich kann auch einen Tilted! Warte, der geht doch nicht! Obwohl, da... Oh, Digga! Schick sich dann drei! Ja, wenn sie ein Faschen! Ja, Tilted! Ja! Tilted! Ja! Ey, noch wen! Oh, nachher noch Tilted! Okay! Tilted gezogen, penetriert! Oh, mein Gott! So drei Stunden hast du gekriegt! Ah, mit Tilted! Ja! Ja! Weißt du mal schon, dass... Mir gibt es so eine Borde, und wir machen so... Wir machen so eine Säule-Footier, und nachher wirst du Scheiß-Vulkan ausprobieren! Nein, wir wandern drüber! Ja! Ja! Direkt Richtung Tilted! Ich will das schon mitgesehen! Ja, das Arm Tilted! Ja, guck da die Scheiße! Oh, das ist geil! Mit Tilted, aber das ist auch dum! Du bist da! Oh, brrrr! Äh! Loll! Das ein Scheiß-Haus, was tausend Mal aufgeraubt gif, als das ein Scheiß-Wald noch lief! Ich muss lave damit! Nee! Oh, ja, lave mich damit! Das ein Scheiß-Haus, was immer nicht aufgebaut gif, drei Mal anderen hin, als das ein Scheiß-Wald noch lief! Komm bei mir! Ja, das sieht fräck, man! Komm bei mir, Assortation! Alle Häuser, giffen nie fräck, nehmt ihn! Nehmt ihn! Der kufft drei Mal rum, mit Melkbart, oder zwei Mal! Und das hat ein Scheiß, was überlüftet! Wie? Huch und Sinnig! Ach, der Scheiß! Weh! Huch und Sinnig! Huch und Sinnig! Wir müssen ja gerade wieder bei dem! Jajaja! Sehr, ich schluch'n das ist okay! Und zwar, der wird fackern! Guck! Das hat in Schaus, was eh brüch'n gewillt nass! Und das hat immer fackern nass! Und das hat immer fackern nass! Und wir sind vergesse, der hat die Reitruz gesatzen! Wir müssen, äh, die revieus, du maler Mann! Komm schon altilte, gah! Ja, ich sehe, die lech bei der, was du zum Fick? Du warst nicht, heh, heh? Ich hab dich nicht gefunden! Gah! Was hast du zu tun, Mann? Schau dir nur mir oben drüber! Ja, Mann! Ich schluch'n das doch nicht, ich schluch'n das andere Mensch! Ich habe es re-spawn, ich habe es noch nicht re-spawn. 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 Ja, ich habe es noch nicht re-spawn. Guck! Ah, du hast das Haus so gelängst. Ah, ne, da hast du auch halb für dich gebaut. Ah, ich habe es noch nicht re-spawn. Ah, ich habe es noch nicht re-spawn. Ah, ja, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, ich komme, ich sehe dich da. Gleich, du wirst... Ja, guck, komm mal, Mann! Ich habe es noch nicht re-spawn. Ich habe es noch nicht re-spawn. Ich habe es noch nicht re-spawn. Oh, das hatte ich doch geholt. Hey, ja, Mann! Wie Hurensinne! Ey, der wird gewonnen. Okay, perfekt mit dem Spon. Flerich zum Tilt. Flerich zum Tilt. Und scheiß was. Oh, ich bin nicht so penetriert. Ja, genau. Wie weißt du, du hast nicht mehr in-Haus gesetzt? Hm. Vielleicht. Hey! Ich bin in-Haus. Ah, du? Ja. Ja, der Tätten-Haus ist eine Firma. Der Tätten-Haus wurde schon zweimal oder dreimal aufgebaut und nicht gebaut. Ich habe es noch nicht re-spawn. Ich habe es noch nicht re-spawn. Ich habe es noch nicht re-spawn. Ich habe es noch 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 re-spawn. Er hat sogar einen Jumpert für mich verzeichnet, der erste Film ist. Ich habe ja einen Cut-Opt-Zonen-Damage. Was hast du denn? Ja, ich wollte einfach gucken. Guck mal, die stehen denen. Ich habe ja so Checkpoints gebaut. Ritel war so schön, ja. Ritel war so ein geiles Start, hallo? Die Juren sind nun mal da gelacht. Ja gut. Okay, Diff, nein, das hast du. Okay, wir nehmen jetzt was für Ritel. Egal. Musiker stimmt gerade. Ja. Du hast schon eine Rampe fertig gebaut. Ja. Okay, warte und sei Frank gemacht. Scheiße, wir können. Warte, nein. Ich nehme die Hunde ein bisschen. Ja, mir warte. Ja, mit Stroh oder Pfizer. Aaaaah. Ey, warte drauf. Ich habe doch gesehen. Ohne... Tock ohne Burger ohne Tomaten, denken Sie noch so Frank? Ah! Das ist auch Frank. Schon doch 14 HP, Mann. Ah, Oma küscht! Oh oh. Da krieg ich ja dann, wenn ich mich wieder komplett vergesse. So. Stütze auf. Voll schon. Ja, schon nur 3 HP gerade. Sie sind von sich gut oben gekommen. Sie sind ein eigenes Kondorn gewesen. Statt, warte. 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 Ja, klackes Knotkäscht Video. See ya. Warte, woaääääääääääääääääähh? Vielen Dank.